Das müssten wir natürlich nur wissen, ne? Ach, einfach Mut... Servus und willkommen bei einer neuen Folge von New Super Mario Bros für die Wii U. So, beim letzten Mal haben wir ja hier den Turm inzwischen besiegt. Dann geht's mal weiter. Ah, da haben wir jetzt etwas neues Inventar. Super. Ah, so läuft das. Also so kommen die hinterher. Gehen wir mal zu, U. Tut. Mal gucken, was sie jetzt gibt. Ach, die wird Münzen wieder. Ah, nein. Ach, das ist natürlich wieder gekonnt, gell? Nein! Sieht schlecht aus. Ja, sieht schlecht aus. Ja, mei. Was soll's. Wir werden das überleben. So, dann geht's mal weiter. Mal gucken, was das jetzt bedeuten hat. Oh, nein, oder? Ach, wie doof bin ich denn? Zinn ist bloß solche Viecher. Und trotzdem schaff ich's nicht. Ja, komm. Auf ein neues. Diesmal machen wir fertig. So. Was ist denn jetzt los? Ja. Kannst du mir jetzt eigentlich leben? Ja, Tatsache. Aber jetzt mach ich ein Blatt. Das gibt's doch gar nicht. Das kann's ja wohl nicht sein, ne? Also... So, das gibt's ja gar nicht. Ah, was haben wir bekommen? Ein Sternchen. Ach, das ist natürlich cool. Das gefällt mir natürlich wieder, wenn ich jetzt was aufs Inventar gekriegt hab. Das schreit ja fast schon. Das zu machen. Mal gucken, was es da gibt, wenn ich es schaffe. Ja, äh... Sieht man ja, wie weit wir's geschafft haben. Wieso springt denn ich? Ich hab nur die Taste gedrückt. Aber jetzt... Aha. Was haben wir jetzt? Ach, wieder ein Sternchen. Hab ich nur zwei Leben gekostet? Mein Gott. Hab ich mich überangestellt dabei. Muss ich jetzt auch zugeben. Aber zwei so Unbesiegbarkeitssternchen sind doch nie schlecht. Ach, schon wieder eine Tatshütte. Mal gucken, was jetzt kommt. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Das ist nun mal cool. Ah, okay. Das ist nun mal cool. Wie ist das denn? Ja. Ja. Ach, einfach Mut zur Lücke. Ha! Ja. 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 Ich guck ja. Fängt schon gut an. Nein! Wie doof von mir. Hehehe. Na, ist doch auch mal jedenfalls ein interessantes Level. Ah, jetzt da! So. Stellen wir uns heute doch mal... Versuchen wir uns heute mal zusammenzureißen und uns nicht so selten demnich anzustellen. Ich sagte nicht demnich anstellen. Was ist daran so schwer? Aber ich glaube da unten gibt's doch was, oder? Nein. Schade eigentlich. So, wir haben die Hälfte schon mal hinter uns. Aber da gibt's doch bestimmt was. Naja, was ist los? Kann auch nicht unendlich Zeit da vertrödeln. Vertrödeln. Naja, zumindest sind wir wieder groß. Was hab ich grad gesagt? Ach komm, ich... Wie doof kann man denn sein? Sehr doof hab ich ja grad eben bewiesen, oder? Mann, ey. Nein. B. Ich will A haben. Ich will das. Komm, das machen wir jetzt doch. Ach nee, oder? Was ist denn jetzt schon wieder los mit mir? Das gibt's doch gar nicht. Ey. Das reißt dich mal zusammen hier. Das ist ja unglaublich. Naaach. Wie verbläst man... Wie verbläst man... ...durch Dummheit. Ganz ehrlich. Ach, komm schon. Also, jetzt noch mal. Jetzt bin ich da schon wieder dagegen geübt. Ich hab nicht auf das Ding aufgepasst. Ey. Ich durchne die Folge echt so. Wie verbläst man durch Dummheit leben. Ach, komm, das gibt's doch jetzt nicht, oder? Das... Aber jetzt da... Komm, also, das gibt's ja gar nicht. Wie... Kann ich mich denn... Ja, sogar das Spiel sagt schon, dass ich doof bin. Super Assistent kommt jetzt und zu sagen... Ja, hier. So musst du das machen. Ah, jetzt da. Wenn mir das Spiel schon ankommt und sagt, du bist blöd dafür. Oh, ne. Aber dafür hab ich ein Leben... Dafür hab ich was anderes gefunden. Ah, cool. Das ist ja mal cool. Ah, cool. Das ist ja mal cool. Das ist ja mal cool. Ja, das hab ich nicht gewusst. Das ist ganz neu. Aber das find ich cool. Ah, ja. Ja. Vielleicht kann ich das ja im nächsten... Vielleicht kann ich da ein bisschen wieder ausgleichen, was ich im letzten Level verballert hab. Ich Idiot. Entschuldigung. Ah, das find ich so ganz witzig. Cool. Auch cool. Ja. 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 Hey, Idiot. Nein! Ich stell mich da immer zu dumm an. Nein. Wieso kommt das nicht mehr? Naja. Wenn Blüte einen Namen hat, trägt es meinen Namen. Naja. Konzentrieren uns wieder aufs Level. Naja, ganz toll. Ach, wieder einen Geniestreich meinerseits. Ey, ich verstehe gar nicht, warum ich da so Leben verblase. Warum ich mich da immer so dumm anstelle. Ich verstehe es selber nicht. Das ist doch bloß so ein dummes Jump and Run. Das kann doch nicht so schwer sein. Anscheinend doch, anscheinend bin ich für sowas zu dumm. Ja, wer weiß. Ah, toll. Schöne versaut. Ja, vielleicht kann man ja sowas retten. Wer weiß. Naja. Büsstchen was. Zwar nicht wirklich was, aber was solls. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ja, okay. So. Ja, Mario Time. Ist richtig, ja. Ja. Gut, damit haben wir das auch geschafft. Ja. Und ich habe noch weniger Leben. Mein Gott. Dann machen wir ja jetzt noch Lakitus Garten. Und beim nächsten Mal nehmen wir die Lingenangriff, würde ich sagen. Den nächsten Zwischen-Endboss. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal ums Lakitus Garten. Auf jeden Fall. Entschuldigung. Wann würde ich jemanden versagen? Wann würde ich jemanden versagen? Der das ausbügeln kann, hoffe ich zumindest. Hahaha. Das ist ja cool. Mio. Yeah. Ah, ist doch auch nett. Ja, und da haben wir wieder ein Leben gewollt. Na also, kommt da wieder einer? Nein, diese Schubzeit ist so beschissen. Mein Gott. Oh, ich Dummkopf. Jetzt dachte ich echt, das wird ein schönes Level, aber anscheinend doch nicht. Ich stelle mich aber zudem nicht an, ich weiß nicht, warum. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann das einfach nicht verstehen. Ach, komm, oder? Ah, zumindest jetzt da, hier. Ha, zumindest das wieder. So. Ach Gott. Vielleicht kann man jetzt ein bisschen was rausholen. Ah, also. Vielleicht kann ich dann mein verlorenes Leben doch noch zurückgewinnen. hoffen wir's doch. Ach Gott. Nein. Statt, dass ich ins Gewinn verliere ich noch eins. Aber ich hab... Das war jetzt grad ein bisschen Pech, muss ich gestehen. Aber das ist ein schönes Level an sich. Ich bin ein Depp. Ach, was soll's? Ach, ich bin ein Depp. Ey, wie viel hab ich jetzt verbraten? Ich hatte... Zwölf hatte ich. Jetzt hab ich noch drei. Ich so, das kann's doch nicht sein, ey. Das kann doch nicht so schwer sein. Ah, anscheinend schon. Ich beweise's ja grad. Aber jetzt. Nein. Nein, ey, 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 ey. Das gibt's doch gar nicht. Aber das war's. Einfach nur noch. Kacke. Einfach nur noch Kacke. Was soll's? Es ist ein Spiel. Woosa. Was ist denn jetzt los? Ach, komm schon wieder. Hier. Ich muss da was retten. Was kommt da jetzt raus? Oh, was ist denn jetzt los? Oh, was ist denn jetzt los? Naja, zumindest etwas. Nein! Ich die... Ja... Da kann ich jetzt einfach... Mir kann ich jetzt wohl jetzt nicht sagen. Ey, das will ich jetzt machen. Das gibt's ja gar nicht. Ja, ich weiß. Der Spielschirm sagt, dass ich doof bin. Ich weiß. Ich hab's selber gemerkt. Sieht mir ja. Wie doof ich bin. Aber jetzt... Ah ja, gut. Na, zumindest... Haben wir das geschafft. Ein Gott. Peinlich. 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 Aber mein... So ist das halbes Spiel. Da wirst du was zeigen und versagst dabei voll. Wer kennt das nicht? So... Jetzt sind wir soweit. Jetzt sind wir vorm Endboss. Ich hoffe, euch haben die Folgen trotzdem Spaß gemacht. Ich denke auf jeden Fall. Dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Servus! Tschüss. Taylor сх